Was Immobilien angeht, ist Katke de Vries Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit über 17 Jahren Erfahrung vermitteln wir Ihre Objekte in Bremen, Lilienthal, Euten, Ottersberg und Umgebung. Egal ob Wohnung, Haus oder Gewerbeobjekt und egal ob zur Miete oder zum Verkauf, unser eingespieltes Team erstellt mit Ihnen zusammen ein Exposé. Dafür erarbeiten wir Grundrisse, ermitteln den Marktwert, stellen Energieausweise aus und besuchen Sie natürlich vor Ort. Sobald Ihre Immobilie dann auf dem Markt ist, kümmern wir uns selbstverständlich um alle weiteren anfallenden Aufgaben und während des ganzen Prozesses stehen wir Ihnen stets persönlich und ehrlich zur Seite. Wir kennen die Region und können Sie so bestens beraten und betreuen. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Kompetenz und vereinbaren Sie einfach einen Termin. Wir freuen uns schon, Sie kennenzulernen.